Nun, bitte schlagen Sie die Bibel auf, Epheser, Kapitel 5. Be you therefore followers of God as dear children and walk in love as Christ also has loved us and has given himself for us an offering and a sacrifice to God. For a sweet-smelling savor. Und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch schandbare und närrische oder lose Reden stehen euch nicht an, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unsüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das sind Götzendiener, ein Erbteil hat, im Reich Christi und Gottes. Wenn wir uns also zum Herrn wenden mit Buße, Wir haben gehört, im Zeugnis von Bruder John Plowman, die Buße über ihn kam. Heute scheinen die Leute zu denken, wenn sie in der Kirche sind, dass sie gute Christin sind. Und wie John hat selbst gesagt, dass es bei weitem bei ihm nicht so war. Denken Sie daran. Der Herr Jesus Christus hat zuerst gelehrt, tut Buße, und gehört um und glaubt an das Wort. Es stand im Gesetzbuch der Römer, dass jeder Christentum verbannt. Und es stand im Gesetzbuch, dass jeder Christ getötet werden sollte. Und manche der Kaiser haben das durchgesetzt, andere nicht. Das war der Unterschied. Das Kreuz war ihnen sehr real. Ich frage mich, wie viele Kirchenglieder wir hätten, wenn es dieses Gesetz heute auch gäbe. Und wie viele von Ihnen würden sich nach dem wunderbaren Namen Jesus nennen? Aber, liebe Freunde, das Christentum hatte immer einen Preis. Und heute die Prediger versuchen, ein Preisschild zu machen. Es gibt nichts, was zu beantworten. Es ist ein schönes, leckeres Weg. Ich habe es nicht so gesehen, dass man das so gesehen hat. mit Christus. Und bis heute veröffentlich junge Männer und Frauen von der Uni und sonst wo, die viel Leiden viel Verfolgung erleiden. Ihr Leben wird bedroht. Aber doch haben sie ihre Wahl getroffen, sich mit Jesus zu leben. Wo darf es kein verwässertes Christentum geben, wo es kein Kreuz mehr gibt. Also, meine lieben Freunde, wir beginnen mit einer Fehleinschätzung. Wir nehmen nicht die ganze Gleichung und sagen, werde ich Jesus folgen um diesen Preis. Da kommt die Liebe Jesu ins Spiel. Wenn die Liebe Jesu sie drängt, dann erscheint nichts, ein großer Preis zu sein. Und dem folgt das praktische Christenleben. Der zweite Vers sagt, lebt in der Liebe, wie Christ auch liebt. In Vers 2 heißt es, lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Lebt in der Liebe. Ich kann nicht das Potenzial dieser Gehreinheit beweisen. Wie viele Möglichkeiten in einem solchen Wandel der Liebe beinhaltet sind, kann ich nicht sagen. Wenn man anfängt, in der Liebe und in der Vergebung zu leben, die meisten von Ihnen sagen Gebete auf und singen Ihre Bete und singen Ihre Bete und ob man wirklich betet oder ob man nur Gebete aufsagt, die meisten von Ihnen werden wohl irgendwie beten, nehme ich an. Welche Bedingung folgte direkt auf das Vaterunser Wenn ihr nicht vergebt, dann wird euer himmlischer Vater euch nicht hören. Der Geist, der nicht vergebend, der eitert in der Brust, der ist wie ein Krebs. der unvergebende Geist. Wenn man findet, dass jemand etwas hat, dass jemand einen beleidigt hat und man ist so verletzt, dass es einem so schwerfällt, zu vergeben. meine lieben Freunde, Sie wissen, wenn eine Kobra sich an ihr Bein hängt und ihren Fuß umschlingt und sie immer wieder beißt, wie die Kobras das so machen, besonders wenn man sie reizt, eine Möglichkeit ist, dass man versucht, sie abzuschütteln. Man schlägt so hart aus mit dem Fuß, nicht die Kobra, wenn die Kobra sich um den Fuß geschlungen hat und versucht fest hineinzubeißen oder zwei, dreimal hineinzubeißen und man dann mit dem Fuß ganz fest ausschlägt, dann flieht sie. Wenn man so umgeht mit einem giftigen Tier, wie gehen Sie dann um mit einem giftigen Gedanken? Etwas, was Sie immer wieder beißt und vergiftet, das Denken vergiftet. Ich frage mich, ob Sie Gottes Wort gehorchen und sagen, Herr, ich überlasse dir diese Sache. Ich bin sicher, dass ich schon vielen ein Ärgernis war. Hier ist einer, der mich irgendwie beleidigt hat. Ich werde ihm vergeben. Das ist das Ende dieser Sache. Ich denke nicht mehr daran. Manche Leute können nicht vergeben. Sie haben nicht diesen vergebenden Geist. Ich erinnere mich, ein junger Mann, der mir letzte Nacht sagte, ich habe fast meine Frau erinnere mich an einen jungen Mann, der sagte mir, letzte Nacht habe ich fast meine Frau umgebracht. Und ich fragte ja, warum. Er sagte, ich war so wütend, als sie mir bekannte, als sie noch ein Mädchen war, da hatte sie sich sehr unanständig verhalten, als ihr Onkel sie genötigt hatte. Sehen Sie, mein lieber Freund, ich fragte ihn dann, wie hast du gelebt? In deiner Jugend. Er sagte, ich habe ein böses Leben geführt. Du bist also nicht bereit, deiner Frau zu vergeben, wenn sie genötigt wurde. Schuld und Sünde in ihr Leben kam. Und du willst, dass man dir vergibt? Die Gesellschaft wendet im Allgemeinen verschiedene Maßstäbe an. Der Mann kann offensichtlich tun, was er will. Aber wenn eine Frau das macht, ist es ganz schrecklich. So richtet vielleicht die Gesellschaft. Aber Sünde ist Sünde. Hier sagt uns, die Bibel wandelt in der Liebe. Dann heißt es weiter, wie dieser Wandel im Einzelnen aussieht. gewisse Dinge sollten nicht mal erwähnt werden. Vers 3 Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Und meine lieben Freunde, meine lieben Freunde, mein jüngstes Kind sagte mir, Papa, ich weiß, was diese Jungen wollen. Und sie hat auch gelernt, wie man solche Leute in Schach hält. Manche Mädchen scheinen nicht zu wissen, wie man Nein sagt. Nicht nur Mädchen, sondern sehr reife Frauen auch. Das habe ich gemerkt. Es ist erstaunlich, aber die Bibel sagt uns, dass im Christenleben gewisse Dinge gar nicht auftauchen sollten. Aber Fornication und all uncleanness oder covetousness lasst es nicht einmal genannt werden als becomeths Saints. Sondern Unzucht und jede Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal erwähnt werden, wie es sich für die Heiligen gehört. Einer der klügsten Männer, den ich respektieren gelernt habe, der sagte, Ehebruch ist eine Sünde gegen ein Volk. Man bricht die Gelübde. Man sündigt gegen seine Familie. Man sündigt gegen die Gesellschaft. Und die Familieneinheit ist die kleinste Einheit eines Volkes. Und heute ist es eine Sünde gegen ein Volk. Sie wissen, wie die Leute heute leben. Überall steht es in der Zeitung. Man braucht kein pornografisches Buch mehr kaufen. Und das steht schon alles in der Morgenzeit. As a matter of fact, you see how it bigots enormous problems. Und das bringt enorme Probleme. Kinder werden ganz nervös. Die medizinische Welt ist überschwemmt mit allen möglichen solchen Spenden. In der Schule funktioniert es nicht mehr. Eine Sünde. Und die Bibel sagt, es soll nicht einmal unter euch erwähnt werden. Und doch scheint das Volk zu denken, dass das eben normal ist. We can't be this, that or another. These queer Christians are a queer bunch. Und of course, most Christian congregations are no example at all. Kein Vorbild. Alles ist möglich, sogar auf der Kanzel. Vor vielen Jahren predigte ich in Sussex. Man sagte, hier ist ein Skandal. Der Vicar hat ein Verhältnis mit einer anderen Frau. Seine Frau scheint das alles zu wissen. Aber sie toleriert es so sehr, dass das eine Schande ist. Das war vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren. Oder nicht ganz. Sie wissen, wie sich die Sachen entwickelt haben. und wie alles eskaliert ist. Dieses unmoralische Verhalten. Ein schändliches Verhalten. Und keiner scheint sich mehr darüber zu schämen. Vieles wird zugedeckt. Vieles wird zugedeckt. Plötzlich sagen Leute, ich war damals im Chor. Der Priester hat mich missbraucht. Was für eine Schande. Was für ein Skandal. Die Kirche Jesu Christi wird zu einem Ort der Unreinheit. und der Unmoral. Und die Leute gewöhnen sich daran. Das kann man nicht glauben. Und das mit der Bibel bevor uns. Und das mit der Bibel, die wir vor uns haben, es soll nicht einmal erwähnt werden unter euch, wie es sich für die Heiligen geziemt. Ich wünschte, ich hätte ein Zimmer voll mit Priestern und Pfarrern und geistlichen Leitern. Wenn es keine Reinigung gibt, wenn es keine Rettung gibt für unsere Familien und unsere jungen Leute vor dieser Unmoral, dann gibt es nur sehr wenig Hoffnung. Sehen Sie, es darf nicht sein, dass das Volk in der Sünde untergeht, wo man dem Wort eines Menschen nicht mehr trauen kann. Wie soll dann alles funktionieren? You can't function in the family, you can't function anywhere. Die Familie funktioniert nichts mehr. Nichts funktioniert mehr. Und die Bibel sagt auch die Habsucht. The last commandment. Why did the Lord put it as the last of the ten commandments? Thou shalt not covet your neighbor's wife. Thou shalt not covet your neighbor's property or animals or anything that belongs to your neighbor's. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, deines nächsten Besitz, deines nächsten Tier, noch irgendetwas, was deinem Nächsten gehört. You know how today people are all out to follow the Joneses next door. Somebody has bought this so I've got to buy it. zu leben wie die Nachbarn. Jemand hat etwas gekauft. Diese Designermode, muss ich die so tragen, dass auf meinem Hintern irgendein komischer Name steht und den dann herumtragen? Ich weiß nicht. Muss ich 20 Pfund mehr bezahlen für diesen wunderbaren Namen, dass ich hinten auf der Hose diesen komischen Namen trage? meine Lieben, wie lächerlich können wir uns machen? Ich halte viel davon, wenn ich es mir leisten konnte, meinen eigenen Schneider somebody who has got a well-tailored dress because we had a family tailor from my childhood and he would come out with very well-stitched clothes. Er hat uns dann sehr gute Kleider genäht. So, that's what I was used to. But of course, today I have little time for tailors and so on. Whatever it is. Listen, covetousness, just keeping up with the Joneses or looking at somebody and there it becomes a lifestyle and you see how people are so into being so into borrowing. I do not know if every one of you here is free from death because the Bible says, oh no man anything save to love one another. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Oh no man anything. It's a terrible thing, you see, when you have got to think all the time money, 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 where am I going to find the money for this, money for that and so on and so forth. We lose our sense of moral values altogether. It becomes money. Money dominated, money saturated, money ridden mind. And you become meaner and meaner. Money makes you meaner and meaner until you are looking out to see from whom can I grab this or whom can I get this and you can't get this. You know, folks, instead of the wonderful heart which Jesus gives, what shall I give? You know, friends, I would make it a point, not to use the phone of my host. when I started in my itinerations, you know, not everybody had phones. They used the public call places, no red boxes. They used to be there at least. Whatever it is. And I would not want to leave even a small phone bill for my host to pay after I have left. So before I left a place, if I did have to use their phone for any reason, and if I had to use I would leave adequate money to cover the car then I would leave enough money to cover the phone and some of them would find the money and say, you forgot this money under the phone. They were not used to that kind of thing, because they would say, Mr. Daniel, please use the phone. But I you see, when we produce people who are so mean, who can go and be the guests of somebody and leave their besides their bills behind. You know, I embarrass certain people. When I first came to Britain as a very young fellow, in Verlegenheit gebracht, als ich als junger Mann nach Großbritannien kam, man kannte mich dort nicht, and when I turned up in one famous Bible college, to a new famous Bible college, First of all, they wondered if this fellow can preach at all, whatever. And after three days, after I preached there, I said, I want to pay for my stay in this Bible college. And I put down some money. and have some money. You don't know, how the president of that college, the principal of that college, that's so embarrassed. But of course, he could not refuse it, because I insisted. I invited myself, I came here, and I need to pay. You know, folks, if all of us were people, who were more into giving than into receiving, what a blessed life yours would be. Here I saw my parents. I saw them giving. When they could ill afford it, they would still give. They would still give. And you know, God would just supply what we needed the right time. And here the Bible says, covetousness should not be once named among you. So there should be no arguments about money in our families. See, when my children were growing up, they knew very well, that there would be ten pennies in the pens in the house, and none of them bothered us, saying, give me this, or buy me this. Not one of them. They were contented with what they had. So the first boy's clothes would go down to the second, and the second would pass it on to the third, and they were happy. They were even happy with my haircuts, and left their more of the edges. And their friends would laugh at them. And their friends would laugh at them. And the friends would laugh at them. Yes. You know, when you have three boys, and you need to be careful that you have limited resources, you turn it to the hairdresser, whether you know the job or not. Much to the discomfort of your boys. Fortunately, you girls never needed their treatment. Your Mädchen habt diese Behandlung ja nie gebraucht. Now, just think of this, how it is. And today, with this borrowing and endless borrowing, we have never a prospect of clearing of all their debts. where the nations are in dreadful trouble. The banks are in dreadful trouble. And when I see, how they are cutting back today on jobs, I think there's going to be a lot of sadness and misery. And with every redundancy and loss of jobs, there is going to be an escalation of divorce. Oh, the self, the self. You know, my dear friends, we need to have a compassionate heart. Now, when I see somebody who is all the time wanting to just climb, climb, what for? To do more good? To serve more people? No. It's just a question of stacking more money. It's just a question immer mehr Geld zu scheffeln. And the Bible says, let not covetousness be once named among you as become at same, as become at the children of God. So, wie es sich für die Heiligen gehört. neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks. things. What happy people we must be? Contented people. Godliness with contentment is great gift. You know, in a Christian home, there should be a spirit of contentment, joy, love, peace, long suffering. The devil is always ready to bring some garbage truck right into your home. how would you welcome it in your drying room? A garbage truck falls into your living room tomorrow morning. And you say, hey, please leave all the garbage here. I need to take it away. Unload right here. And garbage trucks come in and go out. I don't like all that rubbish but I want all the mill brought into my house. There are some wise people who say, look, if you are going to talk evil about God's children, no. I am not prepared to listen. I don't want you coming in with such story. I hear not to, come to come to here with such stories. There are some people of character who just turn them out. garbage trucks are not permitted. And our friends, you can't have revival and garbage trucks going together. Erweckung und Müllautos passen nicht zusammen. And some people love garbage trucks. As though they are the guardians of some tip. As though they are the guardians of some tip. An der Müllkippe. You see? Let it not be once named a man. Das soll nicht einmal unter euch erwähnt werden. Not foolish talking. Auch nicht aus törichte Gerede. Neither filthiness. Auch keine schmutzigen Dinge. So then, if you turn to the fifth chapter of second Corinthians, when you 2. Korinther Kapitel 5 aufschlagen, you will notice how we ought to walk. For we walk by faith and not by sight. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. I find it very hard to teach people this lesson. Es fällt mir sehr schwer, Menschen das beizubringen. Ich wandle im Glauben. Durch Gottes Güte habe ich das so gemacht. Wenn es so aussieht, als ob nicht genügend Geld vorhanden ist, wenn alles anders aussieht, oder in irgendeiner Situation. You know, this food shortage is heating many people today. Oder die Essensknappheit. Und die trifft heute viele Menschen und man sagt, China und Indien sind schuld, weil die Leute dort zu viel essen. Isn't that good for a change? Musste sich das nicht ändern? However, the poor world stands to suffer when these big nations get to overeating and swelling up like toads. You know, some of them have the appearance of toads already. Und immer mehr die Leute aussehen wie Kröten. Und ich will Ihnen sagen, das tut Ihnen nicht gut. Das tut Ihnen nicht gut. Ihre Gesundheit auch nicht. Wie auch immer. Es fehlt. Wenn diese Dinge uns treffen, sollen wir dann Gottes Wort verknappen, ich versuche, die Teilnehmerzahl auf unseren Rüstzeiten zu beschränken, weil ich will, dass die Qualität besser wird, aber ich sehe nicht, wie wir das machen können. auch nicht bei 10.000. Das scheint mir sehr schwer. Die Küche muss neu ausgestattet werden. Die Wasserversorgung muss neu gemacht werden. Man muss mehr Unterkünfte bauen. Manche von Ihnen wissen nicht, dass die Stahlpreise sich verdoppelt oder verdreifacht haben in den letzten Jahren. Und die meisten unserer Gebäude müssen aus Stahlbeton gebaut werden. Und so steigen die Rechnungen. Und werden wir dann sagen, hey, es gibt keine Neuheit dort. Wir haben besser da draußen und sagen, das ist keine Not. Das ist okay. Wir können nicht mehr tun. Wir können nicht mehr Leuten dienen. Nein. Der Jesus Christ ging dorthin, wo die Not war. Nein. Wenn Sie es zur Lebensregel machen, wenn Sie es zur Lebensregel machen, gehen, wo es das Geld gibt, dann werden Sie sich selbst zerstören. Gottes Weg ist dahin gehen, wo die Not ist. was andere nicht geben können. Das ist Gottes Weg. Das ist der Wandel im Glauben. auch wenn es den meisten von Ihnen sehr schwer fällt, das zu akzeptieren, da kann man viel lernen. Ihre Seele wird sehr bereichert werden. Sie werden Sie werden Erfüllung finden, im Glauben wandeln und nicht im Schauen. Wenn man Dinge anschaut, die so trübe aussehen, es scheint, dass der Boden herausbricht unter unserer modernen Zivilisation. was werden meine Kinder tun? Was werden meine Kinder tun? Was werden meine Enkelkinder machen? Da kann man sich zu Tode sorgen. Aber wenn man den Kindern Glauben vermitteln kann, alles andere mag vergehen, Himmel und Erde mögen vergehen, aber kein Strichlein vom Wort Gottes. Sie können Ihr Vertrauen, Ihre Hoffnung in Jesus verankern. Wissen Sie, meine lieben Freunde, wo die Inflation neue Höhen erreicht und die klügsten Köpfe nicht wissen, wie sie die Inflation unter Kontrolle bekommen, Die Industrie muss mehr Erzeugen erzeugen, das heißt, die Banken müssen mehr Geld liefern. Aber die Banken werden gelehrt durch Investoren, die in Panik geraten. Diese Zeit ist schwierig. Ich will Ihnen sagen, wenn Sie Ihr Vertrauen auf Jesus setzen, dann wird er Sie nicht im Stich lassen. Alles andere mag Sie im Stich lassen. Sagen Sie nicht, dass ich ein Prediger bin, der predigt, dass es einem als Christ gut gehen muss. Ich kenne auch schwere Zeiten. Ich kenne schwere Zeiten. Ich weiß, was es ist, durch das Tal zu gehen und die Kraft von Gott bekommen, wenn keiner einem helfen kann. Also, meine Lieben, zum Schluss schlagen Sie bitte auf, Galater, Kapitel 5. The 16th verse says, walk in the spirit. Galater, Kapitel 5, Vers 16, wandelt im Geist. My goodness. We are all walking in our bodies, I suppose. Wir leben, doch alle in unserem Körper, nehme ich an. Unsere Beine tragen wir uns. And we walk. It's normal. That's the normal walking. Wenn wir gehen. Das ist das normale Gehen. Aber hier wird uns gesagt, Galater 5, 16, Galater 5, 16, This I say then, walk in the spirit and you shall not fulfill the loss of the flesh. Dies sage ich nun, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Walk in the spirit. Meine lieben Freunde, you know, this is another level of walking. Walking in the spirit. Das ist eine andere Stufe, auf der man lebt. Das Leben im Geist. Praying in the spirit. Das Beten im Geist. Singing in the spirit. You know, when you want to walk with Jesus Christ, sehen Sie, wenn Sie mit Jesus Christus leben wollen, you don't want a lot of clutter in your life. Dann wollen Sie nicht viele unnötige Dinge im Leben. your life becomes very simple. Your taste becomes simple. Your taste becomes simple. You don't want to carry a lot of excess baggage with you and worry about this and worry about that. No. Life becomes very beautiful. and simple and productive and creative. Walking in the spirit means God's spirit teaching you how to walk. Walking in the spirit. You don't fulfill the lust of the flesh there. then erfüllen Sie nicht die Gelüste des Fleisches and you shall not fulfill the lust of the flesh. You will not fulfill the lust of the flesh. When you walk in the spirit. When you walk in the spirit. You see? Now suppose I've got a lovely vessel here, nice looking, silver gold vessel, and I'm pouring some precious liquid into it. And I take no note of the huge leak below. So I keep pouring and it keeps leaking and when I look for some my vessel is full, isn't it? And when I look for some, my vessel is full, isn't it? All of it has leaked. Nein, es ist alles wieder herausgelaufen. Wissen Sie, bei uns gibt es viele Lecks in unserem Leben. Manche dieser Lecks entstehen dadurch, dass wir uns darüber freuen. Wir freuen uns über das ungeistliche Reden. Wir freuen uns über die Verleumdung. Über das böse Getratsche. Dann kommt ein großes Leck. Und dann fragen wir uns, wo gehen denn alle meine Gebete hin? There is a lot of this. You know? So you become unproductive, unfruitful. Nothing creative comes out. But when you're walking in the spellet, you get directions from God. That said the Lord. God begins to speak to you. to speak these words. Do this. And God will give you fruit out of your life. Now, the 25th verse says, if we live in the spirit, let us also walk in the spirit. You know, we claim many things, you know. I'm afraid there's so much positional Christianity around today in the world. What do people say? What do people say? Oh, I'm seated in high places in Christ Jesus. I'm seated in the heavenlies. I'm seated in the heavenlies. And what are you talking? What do you think? What do you think? Some rubbish. And you say, I am seated with Christ Jesus in the heavenlies. I sitze with Jesus Christ in the heavenlies. What nonsense is all that? What nonsense is all that? What is that for a Unsinn? You know, we don't need such a philosophy or theology. Yes. In Christ Jesus we have received so much. But if you don't possess it, Jesus Christus haben wir so viel bekommen. If you don't retain it, if you don't retain it, and if you willfully throw it, and if you willfully throw it, and so many nations are being deluded by religious phrases. Big phrases. And I don't see any of it in practice. Now that's the difference between Christianity and other religions. Other religions may talk high philosophy, but when it comes to practical religion, nothing but lies and deceit. But when you come to the Christian walk, you live in this and you can be trusted. Your word can be trusted. You know, I still tell some of those fellows, you know, with whom I deal with, I tell them, hey, listen, my word is more than a document. and you can be sure, every penny of your money will reach you. You can be sure, every penny of your money will reach you. And they believe me. All kinds of people believe me. In fact, not one person I can cite, who did not believe me. And of course, I stay true to what I commit. And see that every bit of their money is safely given. And I'm talking about some of those big deeds in seven and eight figures. I'm talking about some of those big deeds in seven and eight figures. You'll see. And I don't go to some bank and get a bank guarantee and this, that and that. I'm talking about some of those big things. And you say, I'm going to pay. And it'll be done. Living in this. Oh, what a chance. He is given to us today to show forth Jesus. Let us tell God. Oh God, let me not talk about high things and live in the gutter. No, Lord. I don't want empty phrases. I want to live in the spirit and walk in the spirit. I want to walk by faith and not take fright at every event that comes across my path. Lord, I want that faith which is anchored in Jesus, my wonderful Savior. I want nothing to stand between me and you. I want to walk by faith. I want to walk by faith. Lord, I want to walk by faith. We want to walk in the spirit, Lord. There are many real problems waiting for us. Many real battles waiting for us. and I want to walk by faith. How to overcome in every situation. Oh, teach us faith. Lord, I want to walk by faith. Bitte, Herr, bringe dein Licht und deine Errettung in die Familien, lass sie nicht kämpfen gegen die Wahrheit, lass sie sich nicht selbst schaden, oh mein Vater, lass es für sie nicht werden wie eine alte, alte Geschichte, die sie immer wieder gehört haben, aber sie sehen, dass nichts in die Praxis umgesetzt wird, wie tragisch, wenn einer von unserer Familie so etwas sagen würde, wie tragisch, Herr, wir wollen, dass die Menschen in unserer Umgebung eine lebendige Vorstellung von Jesus Christus bekommen. So höre unser Gebet. In Jesu allmächtigem Namen. Amen.